Ha! Hepp! Wahrscheinlich ist das auch auf Zeit. Wie alles. Das ganze Leben ist auf Zeit. Ja, das Leben ist auf Zeit, alles ist auf Zeit. Irgendwann ist die Zeit eines jeden vorbei. Ein Jammer, dass ihr so schnell unterliegt. Wo bist du? Bro! Ach, da unten bist du. Er hat gelernt zu blocken. Ach, wie knuffig. Das heißt, schnell unterliegt. Du bist mein erster Gegner und ich hab auch das Gefühl, du bist mein letzter Gegner. Ernsthaft? Das beeindruckt mich nicht. Ja, mich irgendwie auch nicht so ganz. Muss ich hier überhaupt lang oder muss ich da runter? Die Niederlage steht euch nicht gut zu Gesicht. Los, ach, die Beine! Erstmal mach ich den kaputt, der geht mir auf den Senkel. Wo war der denn? Wo ist denn der jetzt hin? Da ist er nicht. Nein. Meine Herren. Bro. Prinz, Prinz, Bro. Jetzt ist mal gut hier. Ich beglückwünsche euch, Prinz. Danke, Bro. Äh, das ist jetzt nicht dein Ernst, Prinz. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Also, das hätte meine Mutter überlebt, Mann. Bämms. Komm her, komm her, komm her. Ich hab da was für euch. Ja. Ja, komm, 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 komm. Immer schön das ausnutzen, was der Prinz kann. Sich bewegen. Im Schatten der Dunkelheit. Im Schatten, der die Nacht durchflattert. Oh, hier ist offen. Muss ich hier überhaupt lang? Immer diese Frage, wo muss ich lang? Ich geh hier einfach mal lang. Ich meine, was soll schon großartig passieren? Wo kam ich von hier? Ich muss zumindest auf den Turm. Das hatte er gesagt. So. Ich mag Raben. Ich will dich nicht kaputt machen. Okay, ne. Also muss ich... Da die Zeit schon... Da diese Zeit jetzt die richtige ist... Ich mag Rabenvögel. Ich will dich doch nicht kaputt machen. Herrgott, noch eins. Da diese Zeit die richtige ist, bin ich hier wohl falsch. Wenn ich da lang gehe, also jetzt da lang, dann komme ich wieder zum... Kann ich hier lang? Ups. Natürlich kann ich hier lang, aber ich glaube nicht, dass ich hier lang muss. Ja. Hallo Karte. Du hilfst mir auch nicht wesentlich weiter. Nee, du hilfst mir auch nicht wesentlich weiter. Gartenhalle. Gegenwart. Aktiviere die Türme. In der Gegenwart. Ja. Ähm. In den anderen Gärten war ich schon zweimal. Aber... Muss ich hiermit irgendwas machen? Erstmal hole ich mir die zweite Waffe zurück. Ah, ich habe schon eine zweite. Dann hole ich mir eine andere zweite Waffe. Aber... Muss ich da lang? War ich da schon in dieser Zeit? Okay, da sind auf jeden Fall Ziki-Zaki-Zacken drauf. Da sind auch Zacken drauf. Das heißt, da kann ich schon einmal nicht lang. Die Teile sind unten. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, da lang zu gehen. Auch wenn ich... Keine Ahnung habe, ob das irgendetwas bringt. Da, wo ich vorhin war... glaube ich nicht, dass das... dass das richtig ist. Hopp. Und... Hopp, 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 hopp. Ja, gehst du wohl... Ich habe keine Zeit für so etwas. Da hast du recht. Das sehe ich genauso. Und er wird dich auch nie wieder stören. Wobei man das... Wenn du in die Vergangenheit gehst, wirst du ihn wahrscheinlich wieder treffen. Nur weil du jemanden in der Gegenwart getötet hast, da ist das nicht, dass er in der Vergangenheit tot ist. So, ich speichere jetzt hier ab. Nicht wegen dem Zentimeter, sondern falls ich runterfalle, dann kann ich wieder... Wisst ihr ja. Wisst ihr ja. Dann kann ich wieder eine Stunde spielen. Dann kann ich... Mein Gott, was kann ich da zwischen machen? Einkaufen gehen... Hast du nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier lang muss. Jedenfalls sind hier Gegner. Das ist schon mal... ein Anfang. Ja, das ist jetzt die Frage. Wie konntet? Wie konntet? Wie konntet? Ja, sprich dich aus, Bro. Sprich dich aus. Alter, wie viel... Endlich. Ja, Gott. Ne, hier muss ich, glaube ich, gar nicht lang. Ich mache jetzt mal die Karte auf. Oder doch? Ich werde einfach mal gucken, ob ich hier weitergehe. Wenn nicht, dann werde ich ihn kurz im Cut setzen. Führt eure Befehle aus und tötet ihn! So... So sollte es nicht enden. Doch. Genau so und nicht anders, Bro. Bro. Komm. Ein gebührendes Ende. Ja, hier. Ein da. Ein Stück. So. Von wegen den Schatten kann man nicht töten. Ich kann einen Schatten schlagen. Ich habe echt das Gefühl, dass ich hier hin, dass ich hier lang muss. Ich habe jetzt den Schatten gemacht. Okay. Ich habe einen Schatten. Oh man, das ist jetzt! Einerseits habe ich das Gefühl, dass ich hier lang muss, weil wo sollte ich sonst lang sollen? Wenn ich weiter zurückgehe, komme ich wiederum in die Gemächer der Roten Frau. Was heißt in die Gemächer der Roten Frau? Da würde ich zu gerne reingehen. Ne, den Raum, wo die Sanduhr steht. Die gefällte Sanduhr. Und da will ich ja nicht hin, weil ich noch nichts aktiviert habe. Und in dieser Zeitperiode war ich... Achso, da ist ja ein Seil. Und in dieser Zeitperiode war ich hier ja schon. Und von dem her, ich habe... Keinen Plan, wo ich lang muss. Oh. Grafikfehler. Wenn ihr es auf einen Zweikampf anlegt. Ja, komm, verpiss dich. Ich habe keine Lust auf dich. Immerhin, Einer kann ich immerhin, immerhin nicht mehr bewegen. Okay. Meine Güte, diese... Okay. Also ist es hier schon mal falsch, wo ich bin. Aber wo muss ich dann lang? Wenn ich nicht hier lang muss. Ich meine, ich hätte mir jetzt denken können, dass ich nicht hier lang muss. Muss ich noch weiter zurück? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Oder wo mir... Habe ich mal wieder irgendetwas... Nee. Irgendwelche Visionen oder sonstiges. Wie in Sands of Time bekomme ich hier ja nicht. Finde ich irgendwo auch ein bisschen schade. Ist hier irgendwo ein Hebel oder sowas? Stattdessen renne ich hier jetzt rum und habe keine Peilung, wo ich lang muss. So, gut. Das ist irgendwo dann doch... Greift ihn an! Sofort! Jetzt geh mir nicht auf den Sack, ey. Ich habe keinen Bock auf euch gerade. Ich habe echt keine Lust auf euch. Kein Lens. Weg, ey. Zieh dich. Du auch. Ganz im Ernst. So, ich werde jetzt nochmal kurz... Hier nachgucken gehen, ob ich jetzt hier lang muss. Ich glaube es zwar nicht. Gut, da könnte jetzt zwar ein theoretisch lang. Oder... Bin ich hier jetzt einfach nur wirklich falsch? So, dass ich... Aber andererseits... Ich war hier in dieser Zeitperiode schon. Was soll ich hier machen? Hier kann ich nicht langen. Da kann ich nicht langen. Okay. Ja, okay. Es nützt alles nichts. Ich werde schauen, wo ich langen muss. Ich werde hier eine kurze Aufnahmepause machen. Das Ganze, das würde ansonsten zu lange dauern. Ich habe das Gefühl, ich kann hier noch drei, vier Folgen lang einfach nur rumrennen. Und das war's dann. Darauf habe ich auch keine Lust. Ganz ehrlich. Das ist... Geht mir persönlich auf die Nerven, dass ich so ziemlich... Gut, ich bekomme einen Anhaltspunkt. Gut, da musst du langen. Allerdings ist die Tür dann zu. Ja, sieht zu, wie du so offen bekommst. Und ich hab... Und dann geht's drauf los. So, wo lang? Entweder bin ich einfach nur zu beschränkt, um das irgendwie selber herauszufinden, um das irgendwie zu merken. Glaube ich aber nicht, irgendwie, dass ich dazu zu beschränkt bin. So. Finde ich nervig. Ganz ehrlich. So. Da oben kann ich die Zeit ändern. Und wenn ich jetzt da oben noch etwas hätte machen müssen. So. Ja. Ich allerdings die Möglichkeit hatte, hier schon runter zu gehen. Und das gemacht habe. Und trotzdem wieder da hoch muss. Da kann ich... Da ist nochmal irgendwie... Zwei Stunden oder was. Die Zeit ändern, um da wieder hochzukraxeln. Und hast du nicht gesehen. Das find ich dann irgendwo... Oh. Ich dachte, ich könnte... Geh weg. So. Finde. Was war das? Finde ich irgendwo... Ein bisschen misslich, muss ich sagen. Okay. Wir... Sehen uns dann... Gleich wieder. Bis dann.